59,91 Ey, dieser Finn, der staubt immer ab 0 zu 7, hab ich gegen den Ja, ist deine Nemesis Wie lange machst du noch? Ey, rund danach, dann bin ich fertig Ok Der Sparsroktor geht grad gegen Minus und endlich Endlich, schau ich ihn einmal Komm schon da vor mir, Allah, ich hätte nur noch Messer wissen, aber der hat nachgeladen Und ich kann nicht 3 Sachen auf ammo machen, ich hab halt nur 2 Taugen HP Ja, es macht nichts Ach, der Finn, der staubt mich schon wieder ab, ich hab immer 2 HP, Mann Ach, Mann ène Na, Toto, Alter Ach, hast du Po weggeweigt? Was 0 zu 7? Hast du dich selbst umgebracht, oder was? Weil ob obwohl er Stetig ja nicht umgebracht hat Der Finger ist 0 zu 7, oder wo, ey? Ja, ich hab den, der Finda auch 08 oder so Ach, 27 gilt, so einh, wenn der Sprint jetzt Na, 0 zu 7 hast du nicht drauf geachtet ach toto trägt mich auf team 2020 scheiße aber danach ist fertig toto danach kannst du mich mal gehe ich dir den rücken ich lade zu viel nach hast du gesehen dass ich hier du musst immer nachladen das ist jetzt so wie bei der bläserkanonen ist da noch so mit einem bierchen und die kippen auf dem sofa und kann sich kaum bewegen weil da so kaputt ist vom rumliegen und macht dir Tipps aller so typischer mach lieber mal hier die die fußballcoach nicht hier der commandercoach kann ich für rainbow machen aber bei battlefield vielleicht bei battlefield end das weiss schon nicht ach der buxinger wie er da oben analysiert mit dem magazin oder was wie der mit dem das ist die mit dem playboy ganze magazin nimmst den playboy am besten das für dich so der tod ist noch drüber jawohl 5 gegen 5 so jetzt lass rasiere kommen ich rasiere ich bin nichts anderes alter jetzt geht's ab Junge aber dann komm nicht ablenkelose buxinger schafft mich jetzt ablenkelose lass mich in Ruhe Toto nix geiler Meter mehr nix mehr der tod hat ja noch so vor dass er weiss wo wir sind ne das ist ein Drecksack das ist nicht in Ordnung da ist was rechts einen hab ich Steck mir die Rücke, die kommen noch. Oh die hat mich, man. Der ist so ein Nook, der Typ, alter. Spiel die ganze Zeit Bulldog, man, alter. Hat seine Waffe, alter. Der Dreckswaffe ist die Bulldog, man. Mit der kann jeder spielen, mit der kann man ja gleich besser spielen. Ich will trotzdem rasieren. Scheiß, alter, ich wollte den Messern. Ja nix, der Kerl, alter. Du hast gesagt 3, Buchse, du hast gesagt 3, ich kann dich holen. Die Wichser, die wollen gar nichts sehen, die ich wollte nicht sehen, Buchse. Jawohl, super, da krieg ich money. Ich hab alle geholt da. Jawohl. Achtung. Und? Scheiße. Ich bin weiter rechts. Es passiert nichts, ich will ins Haus rein. Ich bin weiter links. Okay, das haben wir aufgemacht. Die sind hinter uns, die sind hinter uns gesprungen. Ja, da ist er. Kaunterskill, sehr gut. Hab ich auch verdient, finde ich. Aber ich kann nicht bei dir, ne? Das ist schon irgendwie tot. Hab Toto. Ja gut. Toto soll sich die Zähne jetzt an uns zerbeißen. Ich kann schon weit weg, oder? Ja. Ja. Ja.